Die MAC IT Solutions, das Softwareunternehmen aus Flensburg im Bereich E-Commerce und Multi-Channel-Handel, bietet während und nach dem Studium hervorragende Einstiegsmöglichkeiten für Softwareentwickler und Projektmanager. Aber jetzt wünschen wir erstmal ein erfolgreiches Semester und viel Spaß mit einer neuen Folge vom SG Campus Quiz. Ja, wir sind wieder beim Campus Quiz, diesmal mit der Uni. Die haben nämlich hier Einführungswoche und wir schauen uns mal auf. Ja, hallo, bist du neu hier in Flensburg? Hallo, nein, ich komme aus Flensburg, aber ich fange jetzt hier an zu studieren. Ah, was fängst du denn an? Lehramt und dann Sport und Mathematik. Das ist ja spannend an, ne? Ja, weißt du, was hier in dieser Halle sonst ausgetragen wird? Ja, die Handballspiele der SG Flensburg. Ja, das ist richtig. Ja, weißt du, wo wir hier gerade sind? Ja, wir sind hier in der Flens-Arena, heißt die jetzt, glaube ich. Genau, richtig. Und weißt du, was hier sonst ausgetragen wird, wenn hier mal nicht erst die Veranstaltung ist? Ja, größtenteils Handball. Auch, glaube ich, Musik oder so manchmal. Und wie heißt der Verein? SG Flensburg-Handewitz. Richtig. Und weißt du, kennst du einen Spieler von der SG? Ja, ich kenne welche Knutzen zum Beispiel, mag ich ganz gerne. Kennst du dich ein bisschen aus mit Handball? Ein bisschen, ja. Also in der Familie, mein Bruder spielt viel Handball und deswegen bin ich auch Handball interessiert. Warst du denn schon mal hier zum Spiel? Ja, das war ich schon. Und kennst du einen Spieler, wenn du dich damit ausgehend, kennst du einen Spieler von denen? Ja, den Torwart Matthias Andersson, kenne ich. Ja, richtig. Und weißt du, welchen Titel die als letztes gewonnen haben? Ich glaube, letztes Jahr, nee, dieses Jahr. Auf jeden Fall Supercup irgendwie. Ich weiß nicht. Ja, das lassen wir durchgehen. Das war dieses Jahr der Supercup 2013. Dann weißt du sicher, wie das Muskottchen heißt? Äh, ja, Siggi. Ja, das ist richtig. Und kennst du die Trikots, die Heimtrikots von der SG? Äh, also die Farben? Ja, weiß haben die doch meistens an, oder? Mit blauen. Oh, 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 sind das die Haussetz-Trikots? Damit hast du nämlich Freikarten gewonnen fürs SG-Spiel. Cool. In der Champions League. Geil. Gegen gegen HSV. Aber du hast dich trotzdem ganz gut geschlagen. Das ist gut. Deswegen hast du nämlich jetzt Freikarten gewonnen. Oh, super. Möchtest du zur Bundesliga oder zur Champions League? Äh, Champions League. Champions League. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Ja, vielen Dank. Das war cool. Danke auch.